Hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi- und High-End-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik HiFi-Studio in Karlsruhe. Heute möchte ich Ihnen von Macintosh den MA12000 Vollverstärker vorstellen. Direkt nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Der Macintosh MA12000 ist ein ultimativer High-End-Vollverstärker in Hybrid-Technik mit Röhre und Transistor. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich nochmal nachher im Video. 2x350 Watt Sinus werden hier an Leistung gestemmt. Das Gerät ist absolut perfekt verarbeitet. Viel Transformatoren inklusive Ausgangstransformatoren, Macintosh typisch. Und somit bringt die Maschine 50 Kilogramm auf die Waage. Die Verarbeitung ist wirklich typisch Macintosh. Vorne die Glasplatte mit den großen VU-Metern. Ein 8-Band-Equilizer, wo ich hier in jedem Frequenzbereich einzeln regeln kann. Mit Menü vorne im grünen Display. Das kommt schön retro-klassisch daher, bleibt damit aber auch völlig zeitlos. Macintosh ist nicht nur die Perfektion in der Technik, sondern inzwischen einfach auch optisch und von der Erscheinung wirklich eine Design-Ikone. Und genau das hat man beim MA12000 hier wirklich in der Verbindung von Technik und dem Design nochmal auf die Spitze getrieben. Man sieht dieses Typenschild oben in Glas eingelegt. Die Röhren, die man von vorne durch das Glas sieht, in den Kühlkörpern ist das Macintosh-Label eingelassen. Das Ganze ist wirklich vom Feinsten konstruiert. Dieser Macintosh-Vollverstärker ist wirklich gebaut für den großen Musikliebhaber, den Musikenthusiasten, der auch mal älteres Material hat. Und daher ist auch ein 8-Band-Equilizer mit ans Bord, wo ich jede Frequenz nachregeln kann. Also feinsten Einfluss nochmal auf eine alte Tonband- oder Kassettenaufnahme sogar hier ausüben kann. Zum Lieferumfang gehört eine gut verarbeitete Fernbedienung, mit der die Funktionen alle bedienbar sind und in der deutschen AC-Version mit der verlängerten Garantiezeit, dem Netzteil für den deutschen Markt, auch ein sehr hochwertiges Schoniata-Stromkabel. Macintosh beglückt die Welt seit über 70 Jahren. Also man feierte gerade 70-jähriges Firmenjubiläum mit unglaublich ausgefeilten High-End-Komponenten. Viele der Patente, die in Hi-Fi und auch in der dazugehörigen Technik, auch bei Radios und so weiter, auf den Markt kamen, später auch von anderen genutzt wurden, hat Macintosh entwickelt. Zum Beispiel Soft-Clipping, eine Verstärkerschaltung, die dafür sorgt, dass selbst bei sehr hohen Lasten der Klang nie unangenehm wird. Viele Radio-Einstellschaltungen wurden von Macintosh entwickelt. Das sind nur einige Beispiele, die auf dem langen Firmenweg hier in das Buch der Geschichte eingingen. Schon in Woodstock wurden Macintosh-Verstärker zur Beschallung verwendet. Das war damals ein Riesenereignis, diese Leistung dann wirklich auch zum Zuschauer zu bringen. Und so ist es auch heute. Macintosh ist sich treu geblieben im Design und in der Technik. Da steckt modernste Technik drin. Aber da, wo wir Emotionen erleben beim Klang, da hat Macintosh sich weiter verbessert. Und genau deswegen beim MR-12000, dem größten Vollverstärker, den Macintosh bisher auf den Markt gebracht hat, auf Hybridtechnik gesetzt. Hybridtechnik bedeutet, ich habe im Vorverstärker, also in dem Teil, wo geregelt wird, wo die Eingänge geschaltet werden und es dann erst an einen Endverstärker weitergegeben wird. In diesem Teil werden Röhren eingesetzt, damit dieser Klang, der Macintosh-typisch ist, der nie nervt, der immer angenehm und trotzdem aufgelöst ist, auch hier zum Tragen kommt. Ich habe halt das Problem, dass ich mit einem Röhrenverstärker nicht jeden Lautsprecher betreiben kann. Viele Lautsprecher brauchen relativ viel Leistung, um ihre volle Performance zu entwickeln. Dafür brauche ich eine wirklich ausgeklügelte Transistor-Endstufe. Und auch das hat Macintosh in den vielen Jahren absolut perfektioniert mit den Ausgangsübertragern. Hier arbeitet also eine sehr leistungsfähige Transistor-Endstufe auf die Ausgangsübertrager und dann erst auf die Lautsprecher, so dass der Verstärker immer die Ausgangsübertrager sieht und die erst sehen die Last des Lautsprechers. Also Hybrid heißt hier, Röhre in der Vorstufe, Transistor im Ausgang und das auf dem Level mit der Leistung, da kommt dann schon einiges raus. Kommen wir mal zum Aufbau von dem Gerät. Ganz klassisch hier unten die polierten Platten, auf der dann die Platinen einzeln aufgebaut sind. Im vorderen Gerätebereich der Netztrafo und die Ausgangstrafos, von denen ich eben sprach. Allein durch die vielen Transformatoren kommt ja einiges an Gewicht zustande. Also 50 Kilogramm Lebendgewicht bei den Boliden, da muss man schon zu zweit sein, um das Gerät vernünftig ins Regal zu verfrachten. Die Technik, wie gesagt, vom Feinsten durch die Ausgangsübertrager, habe ich die Möglichkeit, verschiedene Impedanzen anzupassen. Das heißt, ich greife an den Trafo-Wicklungen vom Ausgang an unterschiedlichen Stellen ab, so dass ich das optimieren kann auf 2 Ohm, 4 Ohm oder 8 Ohm. Und das macht auch richtig Sinn und wirklich große Klangunterschiede. Und ich kann Ihnen versichern, es gibt nur wenige Verstärker, die bei wirklich voller Last so sauber arbeiten wie der Macintosh. Man hat hier auch in die Digitaltechnik investiert, ein sogenanntes DA2-Modul ist hier montiert als Modul, damit in ferner Zukunft, falls nochmal neue Digitalformate kommen, dieses auch ausgetauscht, upgedatet werden kann. Und hier finden alle Digitalkwellen, die man sich so vorstellen kann, im Moment Zugang, koaxial, optisch, aber auch per USB. Per USB natürlich mit der höchsten Auflösung bis zu 32 Bit. Das Gerät kann auch Fernsehsignale oder von Blu-Ray-Playern per ARC, per Audio Return Channel empfangen und weitergeben, sodass ich quasi die maximalen Vorteile eines HDMI-Signals hier auch für Audio verwenden kann. Dazu hat das Gerät 10 analoge Eingänge. Also hier sind wirklich keine Grenzen gesetzt, was die Vielfalt der möglichen Quellen angeht. Da legt Macintosh höchsten Wert darauf, dass die gesamte Musiksammlung in all ihren Facetten auch wiedergegeben werden kann. Daher 10 analoge Eingänge, auch symmetrische sind dabei und vor allen Dingen auch ein Phono-Teil, ein sehr hochwertiges für MM- und MC-Tonabnehmer. Macintosh hat inzwischen auch eigene Plattenspieler im Programm, aber auch andere Plattenspieler können hier angeschlossen werden mit unterschiedlichsten Tonabnehmern, die dann hier auch feinst angepasst werden können. Die Lautsprecherklemmen haben wir eben schon gesehen, als es um die Anpassung geht, auch vom Feinsten, vergoldet und sehr massiv. Und man kann das Gerät natürlich auch auftrennen in Vor- und Endstufe, Vorverstärker, Ausgang ist vorhanden. Die verwendeten Röhren sind vier Stück 12A X7 Röhren, die hier vorne auch schön sichtbar sind, die den Vorverstärker eben betreiben, um das Signal dann an die Endstufe weiterzugeben. Mit an Bord ist auch ein Kopfhörerverstärker, ein sehr hochwertiger, so dass ich hier auch direkt am Ohr die Musik wunderbar genießen kann. Der Achtband-Equilizer, den haben wir vorhin schon erwähnt, der ist wirklich auch gut gemacht. Also es gibt auch bei Klangreglern unterschiedliche Qualitäten und die Macintosh funktionieren einfach sehr gut, weil sie wirklich in einem relativ begrenzten Bereich arbeiten, steilflankig agieren, so dass ich hier in einzelnen Frequenzbereichen und gerade in dem empfindlichen Tiefbass ganz oben und auch in den Mitten, so um die 1000 Hertz einzeln das Ganze regeln kann und hier nach den persönlichen Vorlieben das Klangbild einstellen kann. Zu guter Letzt, ich erwähnte das auch eben schon mit dem ARC-Turnal über HDMI, das Gerät hat also zusätzlich auch noch eine Pass-Through-Schaltung, so dass ich den Vollverstärker, wenn ich das möchte, auch komplett in Heimkinosysteme integrieren kann, so dass der dann für den Eingang nur als Endstufe für die Frontkanäle gibt. Deswegen Pass-Through, das Signal wird dann komplett durchgeschleift und der Vollverstärker arbeitet als reine Endstufe. Macintosh ist hier mit dem MA-12000 wieder ein technisches Meisterwerk gelungen, handgearbeitet, also eine echte Manufakturarbeit, die sowohl im Klang als auch in der Ausführung selber meisterlich ist. Der Klang ist über alle Zweifel erhaben, also unglaublich souveränes Klangbild mit den typischen Macintosh-Eigenschaften, ein wirklich mächtiges, wuchtiges Klangbild zu erzeugen, oben raus aber auch wirklich fein und in den Mitten sehr ausdrucksstark zu agieren. Das ist eine Kombination, die findet man wirklich sehr, sehr selten. Das Ganze im klassischen, zeitlosen Macintosh-Design und gespickt mit neuster Digitaltechnik, da kann also auch in der Zukunft kommen, was will. Der Verstärker ist für alle Techniken und alle Musikrichtungen auch geeignet. Hier macht es also Spaß, Klassik und Rock zu hören und er wird auch mit der Leistungsreserve, die er auf der Endstufe hat, jeden Lautsprecher betreiben können. Alle diese Eigenschaften machen den großen Mac summa summarum zum besten Macintosh-Vollverstärker aller Zeiten. Ja, liebe HiFi-Freunde, das war es auch schon für heute mit dem Macintosh MA-12000 AC. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mehr Informationen zu dem Produkt finden Sie auch direkt unterhalb des Videos. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden. Auch das nächste Mal wieder da reinschauen, wenn wir hier eine HiFi-Komponente vorstellen. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.